So, moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr wisst ja, letzte Folge sind wir echt, wirklich echt scheiße gestorben und ich hab mich auch doll drüber aufgeregt, aber, oder auch irgendwo nicht. Es war, muss ich ehrlich sagen, echt, echt scheiße und ich hab mich sehr drüber geärgert. Wie gesagt, ich hab mir die Koordinaten aufgeschrieben. Ich wollte das aber halt nur noch aufnehmen hier. So, weil ich mir nicht sicher bin. So, wo ist er, komm. Da. Sehr gut. Oh ja, Atmung, Haltbarkeit, Aua. Mehr Reparatur. Oh, Reparatur auf dem Eisenschwert. Das ist doch auch ganz schick. Und das, was ich haben wollte, die Nitra. Glück, Effizienz, Haltbarkeit. Ah. Was ich gern hätte, wär Behutsamkeit. Naja. So, erstmal, das Problem ist halt, ach, die Sachen sind hier drin, ne? Das hätte ich vorher alles rausbringen müssen. Also, das, was ich brauche, ist echt das. Das, das ist gut. Eis ist nicht so wichtig. Das, das, das. Das. Ah, ne, ist voll. Das könnte ich dann zum Beispiel Luke geben. Er wird sich dann bestimmt drüber freuen. So. Über so vertraubarte Sachen. Ja, endlich. Ich freue mich sehr. Hinterm Horizont geht's weiter. Hinterm Horizont geht's weiter. Hinter dem Lüttren. Das Problem ist halt, ich hab vergessen, Raketen mitzubringen, weil sonst hätten wir schön hinfliegen können. Aber naja. Hauptsache, ich hab's. Jetzt ist es gesichert. Ja, ich freu mich grad echt sehr. Das muss ich echt sagen. Oh, freu ich mich. So, das brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Das Eisen eigentlich auch nicht, weil ich hab genug, aber... Sehr gut. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Saving, 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 saving. Bei mir muss man alles saving. Safe. Safe. Na, nehmen wir mal einen mit. So, alter. Damit ist es schon vorbei. Damit hab' ich alles erkundet. Das war ja hier ein Drecks. Warte, wir lassen mal kurz das Wasser ein bisschen runterkommen. Wäre jetzt wieder lustig gewesen, wenn wir gestorben sind. Gestorben wären. Hahaha, lustig. So, Energeist ist da. Äh, da. Jetzt hab' ich kein Holz. Oh Gott. Mann! Mann! Luke war eben da, eben war er da. Mann, ich brauche Holz. Wo krieg ich Holz her? auf jeden fall das wichtigste sind auf jeden fall erst mal meine meine tier sachen das ist schon mal klar die schalker so jetzt müssen wir abwägen ein eisen das brauchen jetzt nicht tun wir auf jeden fall die effizienz das naja kann man auch mal ins weg machen tun wir mal alles ins inventar schauen wir gehen heim das wird schon aber wahrscheinlich rausschneiden das werde ich dann noch mal schön ich müsste das hier auch ja ich hab sie auch hingeschrieben so gut jetzt geht es wieder zurück so leute hier bin ich wieder vom großen langen schnitt ich bin jetzt so ungefähr 1.000 blöcke gelaufen wir haben es geschafft wir haben es geschafft wir sind am portal nach langem so schön jetzt jetzt nicht wie letztes mal alter leute wisst ihr manchmal wie ich die 1.14 hasse ich liebe zwar die neuen dörfer und ähm alles was so neu dazugekommen ist gell das ist ja alles schön und gut gefällt mir auch persönlich sehr gut wurde mal zeit das dörfer mal verändert wurden gell aber ich verstehe halt nicht wie sowas passieren kann wenn man die perle so wie gesagt da durch wirft und dann auf einmal runter fällt also das sind wieder so sagt man sie immer noch nicht korrekt also das sind wieder so sachen wo man kurz vorm nicht kollaps aber kurz vorm richtig großen ausrasten ist zum Glück habe ich alle wichtigen Sachen weggetan, die ich nicht brauche und alle wichtigen Sachen habe ich gesichert das beruhigt mich weil deswegen ist auch jetzt so das Geschrei meiner Meinung nach nicht so groß aber wenn ich jetzt wieder drauf komme, sterbe ich und das ist hart für mich, weil es ist einfach nur scheiße sowas mitzuerleben und zu sehen deswegen ist das jetzt ein bisschen nicht so lecker nehmen wir mal wieder drauf so Leute wir haben es geschafft wir haben alle Sachen, die wir haben wollten die Lydra sehr cool ich heb ab ich habe jetzt keine Blöcke oder doch hier, warte warte, warte, warte kriegt man alles hin oh das war lächerlich das war lächerlich oh man, kotzt er sein an wenn man leert wenn man leert hast du schön drückt aber dann nee ist doch egal bestürzt lieber erstmal die Hälfte der Blöcke nach unten ist ja richtig so so soll es ja auch sein meine Fresse ja gehen mal schlafen es war doch sehr chaotisch als ich gedacht hätte ich bin wieder aus der Welt gefallen errat mich jetzt sehr aber hat Spaß gemacht ich habe meine Lydra alles ist in Ordnung und ich hoffe euch hat die Folge gefallen lasst gerne ein Like da und dann werde ich sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal tschau du 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 Bis zum nächsten Mal.